Ja, und damit habe ich auch das Problem gelöst. Oh, erstmal kratzen. Ich habe einfach mal ganz kurz die Options geändert. So, erstmal was essen. Ich hätte gern hier auf Höhe 62 einen Marker. Und dann kann ich hier machen, so, und dann T. Höhe 80, ja, gut, bin ich zwar auf dem Dach, aber, jetzt kann ich wenigstens das ganze Sache hier mal enchanten. Jetzt habe ich wieder so viel Scheiße dabei. Kann ich einfach mal alles einsortieren. Cool, eine Diamond Action mit F-Fan-Irgendwas. Was habe ich hier, äh, okay, das bringt mir dann eher nichts. Die ganze Scheiße, ach, die packe ich einfach mal hier rein. Level 30 und dann, ähm, würde ich gerne, wollte ich hier was machen? Ach, was ich machen wollte, ich wollte den Zaubertisch erweitern. Genau, das wollte ich machen, ähm, ähm, weil ich so dumm war und den so behindert hingestellt habe. Wo hättest denn hier Platz, ich würde einfach mal sagen, hier so, 1, 2, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier kommt der hin. So, jetzt so, und so, und so, was ist denn das Maximale? 34, und es geht noch, geht noch höher, auf jeden Fall. Ähm, Holz, jetzt mach ich jetzt mal kurz, damit ich das fertig habe, hier ist auch noch Bücher. Ach, keine Ahnung, macht das jetzt einfach so? Scheißegal. So, das reicht leider nicht mehr. Haben wir noch 11? Ähm, das packt jetzt einfach mal da hin. So, was geht jetzt? 46? Nicht schlecht. So, was geht jetzt? 56? Hahaha, wunderbar. Also. Repair kost 1. Okay, okay, okay. Knockback. Fire Aspect. Enchantment kost 18. 27, zu hoch. Es braucht 32. Gut, gehe ich halt noch ein bisschen farm. Den Rest lasse ich mal da. Also, die ganze Kacke hier. Ähm, also hier war unser Turm. Auf 80, nee, auf 62 bitte. Also, Level 30 reicht nicht ganz, wie wir gemerkt haben. Wir sind keine Monster mehr. Okay, jetzt ist es. Lass ich diesen Scheiß da eigentlich noch mitnehmen. Oh Gott. Oh, ich weiß, es sind die mir ein... Oh, ich hab gedacht, du wärst killert. Ganz viele Schaufeln nach die ganze Kacke hier. Braucht kein Schwein. Hier ist dunkel. Oh, ich spiele. Jetzt haben wir 32. Ja, dann machen wir vielleicht bis 35 oder so. Wenn's ist, uns reicht. Ach, dieses scheiß Ding. Zombie, hallo. Hallo, Gude. Meck, meck. Ich mach mal Eisenfarm hier. Oh, Zombie. Zombie, Zombie, ich hab viel Zombie, boob. Pff. Noch mal Zombie? Das Schwert macht da jetzt schon mega viel Schaden. Wenn ich jetzt nur wüsste, was Hemmnisse der Gliederfüße auf Englisch heißt. Dann wäre mir das alles noch viel lieber. Lieber. Da ist was. Und, geh weg! Oh mein Gott. Oh, wo Spinne? Hier, Spinne. Okay, okay. Pff. 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 Dann hole ich hier einfach mal meine Axt, denn das hier können wir bestimmt gut gebrauchen. Pff. 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 Also, zumindest haben wir nicht genug Kisten. Miau. Und ich hab hier Redstone gesehen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich den brauche, aber... Ja, gut. Da lagen noch Pfeile. Da war, glaube ich, gerade ein Skelett. Kann das sein? Ja, kann gut sein. Mama. Oh, oh, das ist jetzt runtergefallen. Ja, also ganz sicher, hier kann nichts mehr spawnen. Okay, nochmal ein Stockwerk. Okay, das ist das letzte. Dann würde ich sagen, geht's nochmal nach. Nachhause. So. So, scho, scho, scho. Jetzt müssen wir wieder ganz viele Schaufeln. Ach, weißt du was? Ich packe jetzt mal den ganzen Klatterrad-Dutch hier mal da rein. Ich glaube, zwei Backpacks reichen, aber ich nehme da zwei coole mit. So eine KG hier brauche ich jetzt wirklich auch nicht. Darum. Holz. Holz, Holz, Holz. IRC. Ergin Räume, die vielleicht nicht freue ich mich, aber es sind wir ja da Fahrstuhl. Wie? Brod ist da hinten. Das weiß ich, beim Essen. Und da rein. Es kein Dampf. Ach, komm. Das geht erstmal. also 2 und 3 was immer gesagt feier aspekt hoch soul stealer ja ein charnting wunderbar da hätte ich noch zwei Stuttgart kostet 12 Oha Oha da sind ein bisschen viel finde ich tsch 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 tsch